Sie kennen doch sicher Bad Gastein, den berühmten Wasserfall, die eleganten Hotels, den mondänen Kurort mit seinen heißen radioaktiven Quellen. Kennen Sie auch das Bergwerk in der Nähe von Gastein? Es hat eine faszinierende Geschichte. Bald nach dem Krieg machte sich eine Gruppe mutiger Forscher auf den Weg. Sie riskierten ein Abenteuer, das den Menschen Gesundheit bringen sollte. Alles was die Forscher wussten, war Knappen, die früher einmal im sogenannten Böcksteinstollen gearbeitet hatten, waren plötzlich ihr Rheuma los. Weiße Mäntel können die Forscher im Innern des Berges nicht brauchen. Kilometerlange Märsche in dampfender Atmosphäre lassen Badeanzug und festes Schuhwerk zweckmäßiger erscheinen. Immer weiter dringen die Wissenschaftler in das Stollensystem vor und immer mehr nimmt die Hitze zu. Die Gruppe trägt Spezialgeräte mit sich. Apparate, die in der feuchten Luft nicht rosten und die auch unter den schwierigen Bedingungen im Berg verlässlich arbeiten. Temperaturen und Feuchtigkeit müssen genau registriert werden. Die Radioaktivität ist zu messen. Für Untersuchungen wird Luft im Ballons gefüllt. Gesteinsproben werden aus den Klüften entnommen. Mit Tierversuchen wird das Stollenklima überwacht. Und dann wird eine Lampe aufgestellt, die ultraviolettes Licht ausstrahlt. Geheimnisvoll leuchtet die Stollenwand auf. Hier sollen später einmal Therapiestationen angelegt werden, nachdem die Vorversuche günstige Bedingungen ergeben haben. Die ersten Patienten werden versuchsweise in den Berg gebracht. Sie bleiben dort ständig unter ärztlicher Aufsicht. Und manche sagen nachher, es geht mir besser. Im Laboratorium wird die Forschungsarbeit fortgesetzt. Werden die Experimente überhaupt Erfolg haben? Wird es möglich sein, die geheimnisvollen Kräfte, die im Stollen wirken, für die kranken Menschen nutzbar zu machen? Sechs Jahre dauert die Forschungsarbeit. Das Für und Wider wird erörtert. Ärzte und Kranke horchen auf. Schließlich scheint es sicher, dass die neuartige Stollenkur den Kranken in erster Linie Reumatikern tatsächlich hilft. Das war 1950. Und heute? Heute ist das Gesundheitsbergwerk längst ein Begriff geworden. Eine ständige Autobuslinie verbindet Gastein mit dem Stolleneingang im Nassfelder Tal. Ein modernes Kurhaus ist neben der Einfahrt in den Rathausberg entstanden. Hier gibt es Ordinationszimmer, Laboratorien, Liegehallen, besonders geschulte Ärzte und Schwestern und Patienten aus aller Herren Länder. Von Jahr zu Jahr werden es mehr, die in dem Stollen Heilung suchen. Der erste Weg führt zum Arzt. Er untersucht erst sorgfältig, denn nicht allen ist die Behandlung zuträglich. Das Laboratorium unterstützt den Arzt und erst wenn alle Befunde ausgearbeitet sind, kann die Therapie beginnen. Zuerst muss man eine Fahrkarte lösen, denn die Kur ist eine Reise, eine Reise in das Innere des Berges. Die Therapie beginnt im Kurhaus, im Stollenbahnhof. Die Passagiere sind ausschließlich Kranke. Menschen, die oft nicht gehfähig sind und für die man eigene Liegewahn konstruiert hat. Die Fahrt in den dampfenden Stollen kann beginnen. Seltsam ist die Reise mit dem Gesundheitsexpress. Mit jedem Meter, den der kleine Zug zurücklegt, steigen die Temperaturen. Täglich werden vier Züge mit je 50 Kran ins Berginnere gebracht. Therapiestation 1 ist erreicht. 1888 Meter vom Stolleneingang entfernt. Nach Anweisung des Arztes werden hier einige Patienten zurückgelassen. Auch der Doktor hat in der drückenden Hitze seinen Ärztekittel abgelegt. Er ordiniert in der Badehose. Die Reise geht weiter. Zweite Station. 2.088 Meter unter Tag. Die Temperatur ist auf 40,5 Grad gestiegen. Ständig hält der Arzt auch hier die Patienten unter Kontrolle. Die Körpertemperatur steigt an. 39 Grad zeigt das Thermometer. Während die Kranken ruhen, haben die Ärzte keine Sekunde Zeit. Es ist eine harte, anstrengende Arbeit, die sie hier mitten im dampfenden Berg verrichten. Aber eine Arbeit, die Erfolg verspricht. Tiefer geht es in den Berg hinein. 100 Meter weiter liegt die dritte Station. Wieder ist es heißer geworden. 41 Grad hat es hier. Schwerkranke brauchen während der Kur im Stollen ihren Liegewagen nicht zu verlassen. In allen Stationen werden nach Bedarf Waggons abgekuppelt und nach der vorgeschriebenen Zeit von der kleinen Gruben Lokomotive wieder abgeholt. Die vierte und letzte Station ist erreicht. 2.238 Meter unter Tag. Fast 42 Grad Hitze bei 96 Prozent Luftfeuchtigkeit. Hier ist die Atmosphäre kaum erträglich. Regungslos liegend müssen die Patienten den Schluss der Behandlungszeit abwarten. Ein natürliches Dampfbad und wie man sagt Radium-Emanation werden zu Heilmitteln. Genau dosiert wird der Aufenthalt in dem unterirdischen Spital. Die Zeit ist um. Aus dem dampfenden Stollen fährt der Zug wieder zurück. Man steigt aus oder wird aus seinem rollenden Bett gehoben. Irgendwie innerlich befreit und gelöst, wie neu geboren spaziert man zum Bahnhofsausgang. Im Liegeraum beginnt die Nachkur. Die Reise in den Stollen war anstrengend. Ruhe ist jetzt unbedingt notwendig. In geeigneten Fällen unterstützt Massage die Kur. Eine weitere Möglichkeit ergänzender Behandlung bietet die moderne Unterwassertherapie im radioaktiven Thermalwasser vom Bad Gastein. Die erste Bewegung seit langer Zeit. Noch zaghaft unter Wasser. Aber die Kranken sind glücklich und dankbar. Im Fels, in dem man einst Gold suchte, hat man einen wirklichen, einen unermesslichen Schatz gefunden. Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die zweite Bewegung seitens glücklich. Die zweite Bewegung. Die zweite Bewegung.